Auch wenn wir mit bestem Münchner Sommerwetter rechnen, können wir Regen nicht ausschließen. Das gehört einfach zum Open-Air-Kino dazu. Unsere Vorführungen finden aber auch bei schlechtem Wetter statt. Also packt im Zweifel eure Regenschirme ein. Wollt ihr aber komplett wetterunabhängig sein, dann guckt die Filme einfach in unseren traditionellen Indoor-Kinos. Alle Infos dazu findet ihr in unseren FAQs. Untertitelung des ZDF, 2020